Am 7. September geht es los mit der zweiten Inspirationswoche zur Wachsmalerei. Und ich werde öfters gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dieser Inspirationswoche und deinem Online-Kurs, das grosse Encaustic 1x1. In der Inspirationswoche geht es darum, allen Interessierten eine Einführung zu geben in das Thema der Wachsmalerei. Und das läuft so, dass ihr jeden Morgen während fünf Tagen ein Inspirationsvideo zugeschickt erhält, das ihr euch dann ansehen könnt, wenn ihr das möchtet. Und parallel dazu läuft eine Facebook-Gruppe, wo ihr Fragen stellen könnt. Und gegen Ende der Woche veranstalten wir auch Online-Live-Calls, wo wir direkt uns austauschen können und wo ich eure Fragen beantworten kann zu diesen ganzen Themen. Diese ganze Inspirationswoche, die ist kostenlos, weil es geht wirklich darum, euch einmal zu zeigen, was wäre eigentlich möglich mit dem Thema Wachs. Im Gegenzug dazu ist der Online-Kurs, das grosse Encaustic 1x1, das ist ein wirklich umfassender Kurs, der in die Technik der Warmwachsmalerei einführt. Es gibt viele Dinge, die man sich auf Englisch zusammensuchen kann, aber auf Deutsch ist das der erste und einzige Kurs in diesem Umfang. Und dort erhält ihr wirklich eine sehr umfassende Einführung in die ganze Technik, weil sie ist nicht ganz einfach. Man braucht spezielles Material, spezielle Werkzeuge. Und es gibt ganz viele verschiedene Techniken, die ich euch dort demonstriere. Der ganze Kurs, das sind etwa 5 Stunden Videomaterial, das aufgeteilt ist in viele kleine Unterkapitel, die ihr euch in eurem Tempo ansehen und immer wieder durcharbeiten könnt und nachschlagen könnt, wenn eine Frage auftaucht. Im Online-Kurs parallel dazu gibt es auch eine Gruppe, in der wir uns regelmässig online treffen, wo wir Fragen beantworten, wo wir uns austauschen, uns gegenseitig inspirieren. Also es ist wirklich auch dort nicht nur der Online-Kurs, der euch dann alleine lässt, sondern ihr werdet dort auch weiterhin betreut, falls ihr Fragen habt. Ja, und das ist es eigentlich schon. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch nichts mit dem Thema Wax zu tun habt, wenn ihr euch vielleicht zuerst einmal die kostenlose Inspirationswoche anschaut und dann guckt, ob eines der Themen für euch von Interesse wird. Ihr könnt euch anmelden via Link in meinem Instagram-Profil oder auf meiner Webseite und ich freue mich schon sehr, wenn ihr dabei seid. Bis dann! Bis dann!